dass alles gleich sein soll das möchte ich nicht hoch verehrtes publikum der gleichsatzkanal hat wieder kosten noch mühen gescheu dienen die zehnte folge korrigiere mich den zehnten teil der munteren skepsis trilogie zu präsentieren geboten wird ein august messer und seine grundfragen der philosophie der gegenwart in der laufenden nummer 004 aus den kant studien band nummer 20 und wir hören wenn ich sehe wie alle welt im praktischen leben wie in der wissenschaft tatsächlich dasselbe vertrauen auf die wahrnehmung hegt so kann ich nur eine wunderliche verirrung eines lebens und wirklichkeits fremden grübeln darin sehen dass man sich von diesem festen ausgangspunkt aller erkenntnis theoretischen besinnung hinweg locken lässt durch jene lieblings argumentation des idealismus je gewaltiger die wirklichkeit und packt und durch die größe und furchtbarkeit der ereignisse die sich in ihr abspielen im innersten erschüttert umso mehr muss es als ein skandal der vernunft bezeichnet werden dass gescheite menschen ernsthaft daran zweifeln ob eine vom menschen unabhängige reale welt existiert oder dass sie eine solche geradezu leugnen ja als denk unmöglich bezeichnen dann wollen wir mal sehen was an diesem postulat dran ist hier handelt sich ohne zweifel um einen vertreter der anklage das heißt ein verurteilt wird die skepsis in ihrer eigenschaft als verunsicherung gepriesen wird das vertrauen auf die wahrnehmung was erwiesenermaßen ein sehr naive auffassung ist die auffassung von kindern die es nicht besser wissen den zweiflern an der wahrnehmbaren realität wird eine wunderliche verirrung nachgesagt ein lebens und wirklichkeitsfremdes grübeln dass man sich von diesem festen ausgangspunkt aller erkenntnis theoretischen besinnung hinweg lockern lässt ein fester ausgangspunkt aller erkenntnis theoretischen besinnung kann ich mit sicherheit sagen ist die wahrnehmung die empfindung überhaupt die erfahrung mit sicherheit nicht und was das die eine lieblings argumentation des idealismus angeht das will jetzt dahingestellt sein lassen ich hätte jetzt im moment keine parat die ich hier anführen könnte fest steht jedenfalls dass es sich bei empfindung und denken um heterogene elemente handelt handelt die inkommensurabel von einem logischen standpunkt aus sind und das problem erkenntnis theoretische problem besteht darin das eine in das andere auf logische weise überzuführen oder zur übereinstimmung zu bringen und das ist sich nicht möglich außer eben durch die erschleichung und bloße behauptung aller möglichen rationalitätsapostel und dergleichen ist aber nichts dran da wird nur mit einfachen gemütern gerechnet die an alles mögliche glauben was man ihnen zuvor setzt aber sobald einmal ein reflektierteres denken das nicht nur an der oberfläche herum kreucht und fleucht da in ansatz gebracht wird ist es sofort vorbei mit diesem blöden gefasel messer argumentiert hier aus dem standpunkt der macht aus einem standpunkt des beibehaltens der herrschenden verhältnisse ohne zweifel und bezeichnet es das ist die größte frechheit als einen skandal der vernunft wenn man an der wahrheit oder der erkenntniskraft einer der objektiven erkenntniskraft einer einer empfindung zweifelt und des 1915 so sieht sie aus die lobrednerei zugunsten des der herrschenden systeme gescheite menschen zweifeln ernsthaft ob eine von menschen unabhängige reale welt existiert das ist nicht der punkt dieser dieser zweifel es geht nicht um einen zweifel an einem irgendetwas das unabhängig vom vom menschen existiert der punkt ist der dass es sich dabei um ein irgendetwas handelt das nicht keiner erkenntnis zugänglich ist und deswegen auch die bezeichnung reale welt eine nicht gerechtfertigt die ist das ist ob was da real ist das ist ungeklärt oder was da existiert es ist nur möglich im sinne eines zwecks oder eines interesses dieses irrationale etwas den den rohstoff wenn man so will sinnvollerweise in irgendetwas zu verwandeln und in praktischer hinsicht ist da auch dagegen nichts einzuwenden bloß darf eben dieser praktische nutzengedanken der zweck an dem ganzen nicht mit irgendeiner objektiv gültigen wahrheit verwechselt werden guter herr messer 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 so schaut es nämlich aus also ich hoffe ich habe zur erklärung dieser dieses blödsinn dieser dieser irrtümlichkeit dieses missverständnis ist wenn man so will so will beigetragen auf alle fälle hat der gute mann nicht den geringsten grund hier irgendwie polemisch daher zu kommen um so seine eigene dummheit zu maskieren so und um mich nicht weiter zu echauffieren handeln wer ich sie du er sie ist den nächsten punkt ab nach einem schluck aus der kanne skeptizismus führt zu nihilismus das ist dann der fall wenn man da eben keinen bahnhof mehr kennt wie es so schön heißt und nur noch ins negative abdriftet womöglich auch mit gutem grund aber ich denke mal da werden wir später noch drauf kommen dass es nicht sicher ist dass alles unsicher ist oder so ähnlich der recht verstandene skeptizismus auch nur einigermaßen radikal weitergetrieben aber eben auf einer verstandesebene führt zur aufhebung desselben oder sich selbst er hebt sich auf weil es allein die beschäftigung damit ist es gerade gegenteil eines skeptizismus weil es geht ja nicht darum was ich oder jemand im auge hat ist ja nicht die vernichtung per se oder schlechthin die vernichtung der vernichtung willen es geht ja nur um die das ausräumen von unfug blödsinn gefasel der ausschlussmethode ausschlussverfahren alles was nichts taugt kommt weg da bleibt aber noch genügend übrig und wenn das jemand nicht sehen will dann hat es eben andere gründe da ist dann eben eine therapie angesagt da ist nur noch psychologie am werk gefühle und kein brauchbarer verstand behaupte ich jetzt mal aber sei du nur mal in der situation wo es dich selber gepackt hat dann wirst du anders reden in so eine situation kann ich nicht kommen aber genug geplaudert wir kommen zu schon marie guyon ein paradies vogel im land der verschiedensten ansichten in der moral philosophie genauso zu hause wie jeder anderen philosophie ja hier haben wir seinen biografen so weit ich mich erinnere die gefährlichste art der täuschung beruht darauf beziehungsweise er zitiert in seinem buch eben hier das ist das zitat die gefährlichste art der täuschung beruht darauf als anerkannte gewissheit hinzustellen was doch keine ist und das ist die gefährlichste art der täuschung genau da sind mir dann eben die autoritären arschlöcher die das ohne umschweife von sich behaupten noch tausendmal lieber als die wo du dich jahrelang unter umständen ins zeug legen musst bis du da mal klarheit drüber kriegst was mit diesen leuten überhaupt los ist und deswegen sind diejenigen die nicht eindeutig aus sich ausmachen lassen die sind schlimmer als diejenigen bei denen einfach das klipp und klar feststellt um was es fest steht um was es sich handelt die richten viel mehr schaden ab das sind die die weder fisch noch fleisch sind und die bevölkern alle möglichen höheren etagen der staatlichen wie auch gesellschaftlichen institutionen da meinst du die sind auf deiner seite aber das meinst du nur gut ein wort vielleicht noch diese gefährlichste art der täuschung die besteht auch darin dass solche leute unter umständen sehr kritisch sind in allen möglichen bereichen aber diese kritik die dient nur dazu dich zu täuschen dass es eben eine eine kritik ist in ganz einem abgegrenzten bereich aber das wesentliche was diese menschen da ausmacht das damit halten sie hinterm busch das das erzählen sie dir nicht das binden sie dir nicht auf die nase da kommst du durch zufall drauf was es sich da eigentlich handelt und das ist die gefährlichste art der täuschung nochmal hier action sichtbar sind diejenigen typen bei denen du nicht genau weißt was los ist ob die ob du ihnen jetzt trauen kannst oder nicht und dir auch nichts dazu beitragen um da die klarheit zu schaffen die werden dann von die haben dann das größte publikum die haben das publikum von allen möglichen seiten weil sie eben alle täuschen denen laufen die linken wie die rechten hinterher aber jetzt zum nächsten punkt der skeptizismus ist eine absage jetzt wird es mich mal wundern ob ich wie ich im rennen bin ja genauso wie letztes mal so etwas mehr als die hälfte und hab mir gedacht ich bin schon weiter egal egal noch mal ein schluck was sind das da ist das audio so hoch eingestellt so sensibel so sensibel aber das wollen wir doch so sensibel echte skepsis muss sich nicht gegen zuversicht wenden sondern eher gegen den pessimismus der irrationalisten die das geschehen höheren mächten oder dem zweifel überlassen genau das ist der beifall von der falschen seite was ich im letzten teil neun schon einmal angesprochen habe und auch vorher schon einmal aber das kann ich muss ich leider immer wieder betonen damit ich nicht in so eben dieser ecke lande hier pessimismus der irrationalisten die das geschehen hören möchten oder eben die rechte ecke mit all den alternative facts typen das wäre der beifall von der falschen seite was jetzt meine kritik an der logischen allgemeingültigkeit angeht womit dann eben auch die sogenannten tatsachen mit betroffen sind tut mir furchtbar leid aber es geht nun mal nicht anders kann meine logik nicht vergewaltigen nur um irgendwelchen idioten zu gefallen oder mich der breiten masse anzubiedern ist mir nur zuwider ok also differenzieren der konstruktive zweifel der nicht der kein zweifel um des zweifels willen ist oder eben als machtmethode benutzt wird um den gegner zu lähmen alle möglichen zweifel anzusprechen um ihn womöglich zu verunsichern um der dem irrationalismus zum sieg zu verhelfen dass eben alles irrational ist das wäre der gleiche schwachsinn wie irgendein anderer objektivistischer schwachsinn und schon sind wir beim nächsten punkt der positivismus ist frei von skeptizismus und relativismus hier ist jetzt positivismus nicht nur in einem moralischen in einem wissenschaftlichen sinn gemeint beziehungsweise ich fasse dieses statement jetzt eben einmal was die wissenschaftliche logische seite angeht und dann was positivismus im sinne von man muss alles positiv sehen im sinne von hoffnung und optimismus also der ethische punkt positivismus in einem wissenschaftlichen sinn da fallen alle naturwissenschaften drunter alles was mit einem gegebenen rechnet wo eine positiv eine realität messbare überprüfbare beweisbare realität stattfindet ausgegangen wird und ist klar dass dieser standpunkt weil er erschlichen ist eben 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 keinen skeptizismus beinhaltet oder relativismus weil sonst wäre dieser standpunkt nicht möglich und dasselbe gilt für die moralische argumentation das ist klar dass jemand nicht also wenn er wenn es sich jetzt nicht um eine gespaltene persönlichkeit handelt nicht positiv und negativ zugleich eingestellt werden eingestellt sein kann okay der nächste punkt ein etwas nicht allzu langes zitat des bereits erwähnten und 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 schlief der skeptizismus wie überhaupt jede wahre philosophie weil das von der christlichen christlichen religion übernommene dogma von vornherein als unantastbare wahrheit galt welche zu beweisen der philosophie der dienerin der religion die aufgabe zu viel womit selbst selbstverständlich der philosophie ihre treibende kraft nach wahrheit zu forschen entzogen wurde gut wir halten fest philosophie als dienerin der religion findet immer noch statt wo es eben um absolutheiten logische allgemeingültigkeiten geht wo von einem wesen der natur des menschen der politik und wie sie alle heißen gesprochen wird das ist alles theologie einschränken muss ich diese aussage hier noch in bezug auf den nominalismus weil da ist ein skeptizismus praktiziert worden entgegen den christlichen scholastikern aber es ist hier auch wieder zu differenzieren es hat da auch scholastiker gegeben die eben nicht den orthodoxen standpunkt vertreten haben fakt ist jedenfalls also sie bemerken jetzt hoffentlich mit welcher süffizanz ich hier diese redewendung zum besten gebe eine anpassung an die sprachgewohnheiten fakt ist jedenfalls dass die religion beziehungsweise die kirche die kirchliche dogmatik eine sehr große rolle im geistesleben und der menschheit bis in die jüngste neuzeit gespielt hat und da war sehr wenig raum des widerspruchs und ich weiß jetzt nicht wie lange das her ist es auf alle fälle noch nicht allzu lange her dass das unfehlbarkeits dogma des papstes infrage gestellt wurde überhaupt infrage gestellt wurde ich glaube der jüngste papst jetzt franziskus der der hat das sogar abgeschafft also ein meilenstein in der geschichte der menschheit ein längst überfälliger als eigentlich lächerlich aber die kirche spielt immer noch eine große rolle die minister werden immer noch mit gott so war mir gott helfe eingeschworen bis auf die was war das die gerhard schröder regierung brigitte zypris die ähm 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 justizministerin so weit ich mich erinnern kann äh 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 ähm ähm äh war ohne gott ihr äh hatte ohne gott ihr eid abgelegt jetzt habe ich es und damit sind wir bei der nächsten nummer die religiösen vorstellungen waren auf einmal fragwürdig geworden er du glaubst es nicht hier sollte ich vielleicht noch mal den nächsten punkt mit einflechten 17 jahrhundert da forderte ein gewisser pierre bei bale das recht auf zweifel also scheint es dass bis dahin die menschheit im torne rüstchen schlaf schlummerte schlummerte wie heißt es bei stuart mill deep slumber of decided opinion als hat der der tiefe schlummer einer einer festgemachten meinung anschauen entschiedenen meinung oder eines dogmas eines vorurteils im grunde genommen der schlaf der vorurteile aber dann waren im 17 jahrhundert sage ich jetzt mal die religiösen vorstellungen auf einmal fragwürdig geworden die sind sicher auch schon früher fragwürdig gewesen bloß hat die leute die eben das alles in frage gestellt haben die hat niemand gefragt und diese erscheinen auch nicht in den geschichtsbüchern die hat es quasi überhaupt nie gegeben und wenn wenn jemand mal zu viel wirbel zu viel staub aufgewirbelt hat dann war gleich die inquisition bei der stelle der scheiterhaufen nun gut es geht weiter mit der religion es gab eine zeit da war es lebensgefährlich an der offiziellen religion zu zweifeln und tödlich jede religion zu leugnen bitte das zur kenntnis zu nehmen wie schaut es heute aus gibt auch noch würde ich mal sagen wo die wie heißt dieses islamische moslemische gesetzbuch die scharia die hat da auch noch ziemlich drakonische strafen ist sogar in manchen ländern ist es die einzige rechtsprechung gibt da gar keine bürgerliche rechtsprechung also bürgerliche rechtsprechung mit der religion ist nicht zu spaßen und jetzt einmal noch ein größerer bogen gespannt ist es als ein fortschritt zu betrachten es ist der fortschritt der hier das recht auf zweifel fordert und alles was sich da demokratie schimpft oder überhaupt wenn man den demokratischen gedanken der gleichberechtigung oder die moralische forderung nach freiheit eben als entwicklung und fortschritt der menschheit ansieht gegenüber der dogmatischen unbegründeten willkür mit der es möglich ist mit menschen zu machen was immer einem gerade einfällt dann ist ist die grundvoraussetzung eines solches fortschritt eines solchen fortschritts eben die fähigkeit zu mit gutem grund zu argumentieren und nicht nur das eine solche fähigkeit zu argumentieren die kann zu allen möglichen unfug missbraucht werden dazu kommt eine eine moralische integrität in bezug auf die eigenen prinzipien das heißt eine verbindlichkeit in bezug auf das was man selbst für richtig und falsch hält punkt das wäre jetzt ein schöner schlusspunkt aber ich bin noch nicht soweit doch ich bin soweit und die uhr ist nicht aufgepott freunde der butterblume es geht nächstes mal weiter mit der nummer 32 hier vermerkt das wird gelöscht damit es da keine zweifel gibt und die der teil zehn verabschiedet sich hiermit in form meiner wenigkeit ich spreche quasi repräsentativ für den zehnten teil dieser munteren kategorien trilogie wieso trilogie keine ahnung tschüss und peace und out über die die sa Untertitelung des ZDF, 2020